So, liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zu The Book of the Unwritten Tales. Ich muss euch erstmal überlegen, wo ich jetzt hier bin und weil ich hier mache. So, wir sind hier und wir haben... Ja, was haben wir denn? Ein Holzstielhammer. Haben wir nicht mehr? Betrachtet den Schmelzofen. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Ah, ja. Habe ich jetzt hier noch irgendwas? Ach ja, mit Goldnugget. Gut, dann machen wir das mal. Ein bisschen Schmiedekunst hier abarbeiten. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Ja, gut, dass du deine Zange hast. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Und jetzt, kann ich das Ding nicht zumachen? Betrachtet den Schmelzofen. Da nehmen wir... Hol die Schale aus dem Ofen. Siehste, geht doch alles wie geschmiert hier. Das ist doch... Die Nuggets sind im Hochofen geschmolzen. Der Schale hat sich ein kleiner goldener See gebildet. Oh, dann nehmen wir mal die Schale mit dem goldenen See und pressen eine Münze. Der sieht ziemlich lächerlich aus mit der Maske. Und ich gieße das Gold in die Form. Sollte gerade genug sein. Ja, mach das, mach das mal. Und jetzt? Eine astreine Goldmünze mit einem grimmigen Zwerg drauf. Au! Oh, ist noch heiß. Und der steckt sich gleich mal voll in die Tasche hier. Das gibt's ja nicht. Ach, das ist ein grimmiger Zwerg. Na gut. Dann gehen wir mal hier rüber zu unserer kleinen Dame. Und geben wir das. Hat sie ihren Goldschatz und wir kriegen eigentlich das Schwert. Schau mal. Hier hab ich die erste Goldmünze für deinen Schatz. Mögen noch viele folgen. Oh, danke! Bitte, bitte! Und wie sieht es mit dem Schwert aus? Also, nun ja. Ich liege drauf. Könntest du es dir holen? Nee, geht. Ah, schön. Muss denn sowas immer sein? So, hier ist schon mal einer rein. Wo genau ist es? Ein Stückchen weiter, glaube ich. Ja, da. Da ist was. Das ist der Kopf einer Spitzhacke. Hm. Dann noch ein Stückchen weiter. Na toll. Habe ich jetzt ein Schwert? Habe ich jetzt ein Schwert? Es ist kaputt. Ja, super. Wir sind scheiße. Es ist unter deinem Gewicht zerbrochen. Also deswegen hat es plötzlich nichts mehr gesagt. Dabei war es so nett. Es hat gesagt, ich sei ein abscheuliches Monster. Und es würde mir am liebsten den Kopf abschlagen. Damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich mit einem zerbrochenen Schwert? Du, du könntest es vielleicht reparieren. Ja klar. Jetzt werden wir ja auch noch ins Werk. Und machen wir einen Schmied. Du kannst einer werden. Dort liegt ein Schmiedebuch. Na, klasse. Jetzt geht er wieder hin. So voll im Hintern rumfummeln. Wachen ein Schmied in 14 Tagen? Das ist zu lange. Ich habe keine 14 Tage. Dann lies halt schneller. Alles, was du brauchst, findest du hier. Einen Amboss, Feuer, eine Anleitung. Na, klasse. Was ist das denn hier? Schau in ein Schmiedebuch. Also schön. Magische Schwerter, magische Schwerter, magische... Ah, hier. Verdammt weit hinten im Buch. Kein gutes Zeichen. Magische Schwerter zu schmieden ist sehr schwierig. Hohe Kunst des Schmiedens. Nur Schmiede mit Level 98 können magische Schwerter schmieden. Das ist gar nicht gut. Mein Level dürfte grob überschlagen. Null sein. Mal sehen. Hier wird erklärt, wie man ein magisches Schwert reparieren kann. Man muss es neu schmieden und dann in Drachenfeuer halten. Und womit übe ich, bis ich Level 98 bin? Das klingt nicht schlecht. Kupferkessel. Schlimmlich einfach und man braucht nur einen Rohstoff. Kupfer. Wo ist das jetzt? Bin ich jetzt wieder dran? Müssen wir jetzt Kupfer finden. Aber wir können jetzt mal hier Spitzhackel und den Dings da machen. Passt perfekt. Ja, als ob es dafür gemacht wäre, wa? Zerbrochene Schwert. Nee. Nein. Ja. Kupfer. Wo kriegt man hier Kupfer her? Aus einer Mine, oder? Dann schauen wir mal, ob wir hier in der Mine was finden. So. Wir sind wieder da. Wir kleinen Ach, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt brauchen wir ja gar keine Angst mehr zu haben. Wir sind ja jetzt hier der große Meister. Der Hellseher von... Von was war denn das? Ich habe jetzt zu lange her, da ich hier was gespielt habe. Gab es hier schon eine Kupfermine? Nee, die kloppen nur ein bisschen so normal rum. Also wieder raus. Wenn, dann muss ja irgendwas angezeigt werden, oder nicht? Haben wir hier eine Kupfermine? Nee. Hier nach oben können wir auch nicht gehen. Dann gehen wir mal hier drüben, hinten. Die Fackel ist auch immer noch gelöscht. Gehe vor mir, du kleiner Scheißer. Oh, Ader in Fels. Nee, Fels in Ader. Hier. Ich könnte das kupferhaltige Gestein mit der Hacke abbauen. Dann müsste ich es nur noch aus dem Stein schmelzen und hätte Kupfer. Na dann, hier, komm, dann leg mal los hier. Ein bisschen Hacke-Hacke. Ich habe drei Brocken kupferhaltiges Gestein. Aber kein Arcanit-Kristall drin. Arcanit-Kristall? Wieso Arcanit-Kristall? Als würdest du ihn jetzt mit einem Arcanit-Kristall... So, ab zurück zum Drachen. Mal gucken, ob das reicht. Dann einschmelzen. Ich lege so viele Steine wie möglich rein. Du hast ja nur drei. Und ab in den Ofen. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Ach, du wiederholst dich. Wart mal ein bisschen. Und jetzt wieder raus. Das Kupfer ist geschmolzen und aus den Steinen geflossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. So, Steinstahle mit geschmolzenen... Ambers habe ich auch. Kann ich aber damit nicht benutzen. Also, Hammer habe ich auch. Das Kupfer ist viel zu flüssig. So kann ich es nicht bearbeiten. Ja, dann... Da rein. Hätten wir doch wenigstens mal so eine kleine Rauchanimation hier machen können. Ein Stück Kupfer. Ein knappes Pfund, schätze ich. Ein Kupferstück. Sieht super aus. War aber das Kupferstück auf dem Ambers. Das Kupfer ist noch heiß. Wird aber schon langsam hart. Dann wollen wir mal. Bis Level 98. Noch nicht perfekt, aber dafür bin ich jetzt Schmied, Stufe 1. Nur noch 97 weitere Kessel. Was ist? Kupfer holen, Kupfer schmelzen, Kessel bauen. Irgendwie müssen wir auf unsere Spielzeit kommen. Also leg los. Du Arsch. Du Penner. Ist das hier der Kupferkessel? Na, so schön. Ich mach's allein. Na, danke. 98 Mal. Du bist doch irre. Viel später. Sehr viel später. 98 Kessel. Level 98. Und hat das einen Spaß gemacht. Immerhin kann ich nun so ziemlich alles schmieden. Inklusive geborstene magische Schwerter. Dann schmied dir mal, ähm, äh, ja, was könntest du dir denn schmieden? Zerbrochene Schmerz. Schmiede Schwert, der macht neu. Also gut. Als Schmied Level 98 weiß ich, was zu tun ist. Tada! Ich habe das Schwert neu geschmiedet. Fehlt nur noch die Härtung im Drachenfeuer. Na, das kriegen wir doch hin. Wir haben doch hier einen Drachen. Ja. Alles klar, da müssen wir doch nur mit dir reden. Oh, meine Hübsche. Alter Schleimer. So. Das Schwert muss in Drachenfeuer gehärtet werden. Wärst du wohl so nett? Och, das dürfte nicht so ohne weiteres möglich sein. Ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich denke, du bist ein Drache. Ja, schon. Aber um Feuer zu spucken, muss man rasend vor Wut sein. Das ist der normale Gemütszustand der meisten Drachen, weißt du? Aber ich habe es nicht so mit der Wut. Ich habe früher viel autogenes Training und Yoga gemacht. Na ja, der springende Frosch, Gruß an die Sonne und alles sowas. Dein Fußballteam ist das Letzte. Die können nichts, werden die etwas können und jeder Fan von denen ist ein Idiot. Was ist Fußball? Das ist, wenn du mit einem Ball... Vergiss es. Ja, ich glaube, das bringt echt nichts. So, dann das Nächste. Weißt du eigentlich, dass du verdammt hässlich bist? Sogar für einen Drachen? Du meinst... Monstermäßig hässlich und furchteinflößend? Danke! Na, so war das eigentlich nicht gemein. Ich wollte eigentlich hier eher so... Du bist doof, ganz einfach. Du bist ganz, ganz doof. Warum sagst du das? Weil es so ist. Aber das stimmt nicht. Ich habe schon immer viel gelesen. Hat nichts gebracht. Dir ist noch nie ein so dämlicher Drache untergekommen. Hey, das ist nicht sehr nett. Aber eines muss dir doch klar sein. So, selbst deine eigene Mutter kann ich nicht leihen. Drachen sollst du uns zur Ausbildung machen. Äh... Ich mache mich hiermit über deine Lebenseinstellung und dein Wertesystem lustig. Das... Ähm... Ist das gut oder schlecht? Schlecht. Ich gehe in Opposition zu all deinen Meinungen. Okay. Ich... Vergiss es. Gut, das begreift sie nicht. Ich finde, Drachen wie du sollten keine Ausbildung zum Monster machen. Warum das denn nicht? Ihr gehört nicht ins Berufsleben. Du solltest dir einen furchteinflößenden Ehemann suchen, der seinen Job macht und für dich sorgt. Das ist doch... Das alles Entscheidende ist aber... So... Du stinkst... Du stinkst ziemlich gewaltig. Boah, mir brennen die Augen. Ja, so muss es einem Menschen vorkommen. Bei den männlichen Drachen ist mein Schwefelgeruch aber immer gut angekommen. Boah, wie geht's? Mein erster Freund nannte mich immer sein kleines Stinkerle. Äh... Darf ich dir vielleicht einen kleinen Sympathie-Tee anbieten? Oh, Mann. Äh... Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja? Weißt du eigentlich, dass du verdammt hässlich bist? Ach, jetzt muss ich von... Du Mann. Warte hier. Du bist doof. Du bist Gunn. Warum? Weil es so eh. Aber das hat nichts gebraucht. Hey! Aber eines... Ähm... Deine Mutter kann ich nicht leihen. Deine Mutter fand dich so unausstehlich, dass sie dich weggegeben hat. Natürlich. Das ist bei uns Drachen so. Hast du mal mit Drachenkindern zu tun gehabt? Die will man nicht um sich haben. Stichwort... Brennende, giftige, ätzende Exkremente. Äh... Jo. Ich finde, Drachen wie du sollten keine Ausbildung zum Monster machen. Warum das denn nicht... Ja, weiter. Das alles, ja. Kein Mal schauen, kein Mal schauen, kein Mal schauen. Du wirst nie ein gefährliches Monster. Ich sag es dir hiermit ganz offiziell. Du wirst niemals ein gefährliches Monster werden. Du kannst deine Träume begraben. Meinst du wirklich? Na, auf jeden Fall. Ich... Ich glaube das auch manchmal. Aber... Ich... Wollte doch so gerne... Du sollst nicht heulen. Du sollst wütend werden. Oh... Na, na, halt es aus. Wer wird denn gleich? Gibt's doch. Da quäkt ihr uns hier die Ohren voll. Nun komm aber. Indianer kennen keinen Schmerz. Das wird schon wieder. Du wirst nochmal so ein richtig böses Monster wie all die anderen. Meinst du wirklich? Nein. Klar. Ha, danke. So, das heißt wir haben nur noch eine Option. Ja. Äh... Du bist doof. Du bist... Warum wärtest du? Aber da hat nichts... Hey! Aber eines... Monsterausbildung. Ich finde da... Warum nie gehört du das an? Und ich brauche deinen Hilfes 1, was uns jetzt hilft. Häfen, Schätzchen. Mein Hemd müsste gewaschen und gebügelt werden. Ich... Ich habe Feuer gespuckt. Ja! Gut für uns beide. Ich war so wütend, dass ich... Danke. Gern geschehen. Hallo? Schwert? Äh... Heiß! Was zum Teufel soll das? Ich habe dich neu geschmiedet, nachdem dich ein Drache aus Versehen durchgebrochen hat. Wo ist das Monster? Ich will in seinem Blut baden. Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben noch einiges vor uns, schätze ich. Ich werde dir einen Weg durch unsere Feinde freimetzeln. Das ist super. Das können wir auch gebrauchen. Oh, Vlade. Nicht schon wieder kämpfen. Dieses rückgratlose Gehäule kenne ich doch. Und ich erkenne deine hirnlose Aggressivität. Na, großartig. Der Klugschwätzer ist auch da. Nun mal ganz ruhig und weiter nach Plan. Lasst uns Schädel spalten. Ja, oder nicht. Oder lasst uns schwimmen gehen. Los, Mensch, trau dich was. Klappe halten und das gilt für alle. Jetzt, wo wir komplett sind, werden sie mich ins Orglager lassen. Ja. Nein. Und ich kann meinen Freund daraus holen. Eine Rettungsmission? Da müssen wir sehr vorsichtig und diplomatisch vorgehen. Ich finde, du solltest dem größten Ork im Lager ins Gesicht spucken. Ich finde, ich habe das alles nicht verdient. Krieger-Set komplett. Und jetzt sind... Oh. Haben wir gar nichts mehr, außer Feder und Landkarte. Ork. Ork. Warum ist das noch nicht freigegeben? Dann gehen wir mal hier hin. Warum kann ich da nicht schnell Reisen hinmachen? Nein. Hier zum Orklager möchte ich bitte. Danke. Und jetzt betritt das Orklager. Da quatscht er uns bestimmt wieder hier ein. War Arnie. Ich sollte mit dem Häuptling sprechen. Er wird mir hoffentlich das Tor öffnen. Alles klar, mach ich. Nichts leichter als das. Hallo, Häuptling. Zum Gruße, Mensch. So. Ja, dann quatsch mal den Mann mit Alman. Ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Oh, ja. Toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur... Mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast? Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Ich habe doch das Set vollständig, Mensch. Ihr... Sieh dir diesen Schild an. Ist der nicht großartig? Er glänzt so. Hast du ihn eingefettet? Hehe. Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Ähm, Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, spiel mit. Ob Feuer oder Gift oder Äxte... Oh... Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Was werden wir sehen? Mensch. Mit zwei Set-Teilen müsstest du mich nun wirklich langsam mal in euer Lager lassen. Nein, wenn ich mich nicht irre, besteht das Krieger-Set aus drei Teilen. Glaub mir, du hast jedes einzelne davon bitter nötig. Ich revendiere. Das ist hier die Stimme von Sylvester Stallone. Nicht von Arnold Schwarzenegger, also die Synchronstimme. So, zittere vor dem Schwert der Macht. Seht, ich trage das Schwert der Macht. Was willst du denn mit dem Brotmesser? Brotmesser? Edende Grünhaut! Trete hervor! Schild und Schwert sollen bersten! Dein Blut soll fließen! Ich werde dir deinen hässlichen Schädel spalten! Na, na, immer ganz ruhig. Wir wollen niemanden... Hm. Ich mag dein Schwert. Muss mich entschuldigen. Das ist ein gutes Schwert. Das Beste! Kampflussigste. Ja, du bist ganz okay. Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor! Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampfgewinn und Wilbur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein! Super! Ich honoriere Wilbur wenigstens, was ich hier mache. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Klasse, liebe Leute. Wir sind endlich im Urklager gelandet. Die wilden Lande, Kapitel 4. Würfel 21. Ja, habe ich geschafft. Verstecke Bugs. Ich gebe immer noch gerne an. Ein Bug habe ich gefunden. Fand ich auch super. Oh, kann sie ihn. Ruhe! Wie soll man denn da nachdenken? Ah, ich darf wieder. So, liebe Leute. Wir sehen ja, wir hängen hier ein bisschen in der Gegend ab. Mit satanistischen Zeichen, ja! Ach, da kann ich ja gleich hier in der nächsten Folge wieder alles angucken und so weiter. Betrachte das Foltergerät. Rede mit Vieh. Rede mit Schieb-Schieb. So, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Haut rein! Bis denne! Tschau! Doch. mut